Quick-Lock Das Montagesystem für die partielle Rohrinnensanierung, rein mechanisch und stufenlos. Bei allen gängigen Kanal-, Brunnen- und Trinkwasserrohrsystemen. Die Quick-Lock-Manschette, gefertigte aus Edelstahl mit höchster Korrosionsbeständigkeit, zusammen mit der duroplastischen EPDM-Dichtung, das ideale System für den Einsatz im kommunalen Abwasser. Zudem besticht es durch die clevere Mechanik. Der Sperrmechanismus bewegt sich in Richtung Zahnleiste. So kann die Manschette nur in eine Richtung aufgeweitet werden und sich nicht wieder zusammenziehen. Optimal für den Einsatz in allen gängigen Rohren und bei den meisten Schadensbildern. Dabei sind kleinere Schadenslängen abgedeckt. Doch dank der Serienversetzung können auch längere Schadensbilder saniert werden. Bevor es losgeht, die Haltung inspizieren und vorbereiten. Außerdem prüfen, ob der Quick-Lock-Versetzpacker ausreichend Platz findet. Nun zur Vorbereitung. Zuerst bitte Manschette und Dichtung auf Beschädigungen prüfen. Dann stellen Sie die Manschette so auf, dass der Schriftzug auf dem Kopf steht. Nun muss noch geölt werden. Spreizen Sie dazu einfach die Blechüberlappung mit einem Schraubendreher und schmieren sie. So lauft die Manschette später gleichmäßig auf. Dasselbe machen Sie bitte mit den Sperrmechanismen. Anschließend das überschüssige Schmiermittel abwischen. Die Manschette ist beim Transport gegen Auflaufen geschützt. Schneiden Sie daher bitte vor dem Einbau den Klebestreifen zur Hälfte an. Aber Vorsicht! Nicht ganz durchschneiden. Ansonsten könnte die Manschette beim Einfahren auflaufen. Die Kunststoffniete wird beim Aufweiten übrigens automatisch abgeschert. Damit Sie die EPDM-Dichtung leichter über die Manschette stülpen können, streuen Sie sie innen mit Talkum ein. Anschließend kommt sie über die Seite, die nicht gebördelt ist. Dabei muss die Markierungsnaht bündig mit dem Manschettenrand sitzen. Bei der Einzelversetzung wird der überstehende Gummi generell abgeschnitten. Stellen Sie bitte vorher sicher, dass der Abstand zwischen den Dichtnoppen ausreicht, um die Schadstelle abzudichten. Bei der Serienversetzung bleibt der Überstand übrigens bestehen. Dadurch wird der Bereich des Übergangs abgedichtet. Vermitteln Sie nun die Dichtung so auf der Manschette, dass der Gummirand mindestens 5 bis 10 mm hinter dem Manschettenrand bzw. hinter dem Blechrand liegt. Damit sich die Dichtung beim Transport nicht verschiebt, wird sie auf beiden Seiten, oberhalb der Sperrmechanismen und gegenüberliegend fixiert. Vorsicht! Der Sekundenkleber darf auf keinen Fall in die Blechüberlappung geraten. Das würde das Auflaufen verhindern. Gesetzt werden die Quick-Lock-Manschetten mit einem speziellen Versetzpacker. Platzieren Sie dazu die passenden Räder für die gewünschte Nennweite auf dem Packer bzw. stellen Sie die richtige Nennweite am verstellbaren Fahrwerk ein. Die Positionierung der Manschette auf dem Packer sollte im Schacht erfolgen. Beim Versetzen von aufgebördelten Manschetten muss die aufgebördelte Seite gegen die Fließrichtung zeigen. Positionieren Sie die Manschette bitte so weit vorne, dass sie bündig mit der Stirnseite des Packers liegt. Drehen Sie nun die Quick-Lock-Manschette so, dass sich die Mitte der Zahnleiste auf der 12-Uhr-Position befindet. Dabei befindet sich der Sperrmechanismus, je nach Blickrichtung, in 11-Uhr- oder 1-Uhr-Position. Nach dem Versetzvorgang liegt er dann im Scheitel, also in der 12-Uhr-Position. Es ist übrigens sinnvoll, sich anzugewöhnen, dass die Enden der Zahnleisten bei der Positionierung immer in dieselbe Richtung zeigen. Dadurch erreicht man, vor allem bei mehreren gesetzten Manschetten, eine regelmäßige Ausrichtung in der Haltung. Verwenden Sie einen Laser. Dann positionieren Sie den Manschettenrand bitte so, dass er sich sowohl im Rand als auch im Altrohr spiegelt. In beiden Fällen können Sie den Manschettenrand über die Kamera gut sehen. Beim Anheften der Manschette verwenden Sie einen Druck von ca. 0,5 Bar. Je nach Druckluftanlage, Nennweite und Packer kann der Heftdruck leicht unterschiedlich sein. Er ist in jedem Fall dann richtig erreicht, wenn die Manschette fest auf dem Packer sitzt, ohne aufzulaufen. Positionieren Sie nun den Packer mittig auf dem Schadensbild. Dabei gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, optisches Positionieren über das Blickfeld der Kamera. Zweitens, Schaden vermessen. Und drittens, als bevorzugte Alternative, Positionieren mittels Laser. Dazu liegt die Manschette stirnseitig auf dem Packer. Der Laser kommt nun auf die Mitte des Schadens. Anschließend verschieben Sie den Packer um eine halbe Manschettenlänge. Legen Sie nun die Quick-Lock-Manschette an. Dabei sollte sie gleichmäßig auflaufen. Geben Sie ihr also Zeit, sich zu entwickeln, vor allem bei großen Nennweiten. Das gelingt, indem Sie den Druck nur stoßweise auf die Manschette geben. Dann warten Sie einfach, bis sie den Weg vollzogen hat. Wenn Sie merken, dass die Manschette blockiert oder ruckartig aufläuft, lassen Sie den Druck nochmal ab und positionieren die Blasenmitte gleich der Manschettenmitte. Der Grund? Wird die Manschette exzentrisch aufgeweitet, könnten Torsionskräfte entstehen, die den Sperrmechanismus oder die Zahnleisten beschädigen. Anschließend entspannen Sie die Packerblase. So können Sie sie in der Manschette neu zentrieren. Richten Sie nun bitte den Packer erneut mittig aus. Also Manschettenmitte gleich der Blasenmitte. Wieder wird ein Applikationsdruck aufgebracht. Den genauen Wert finden Sie im Handbuch. Die Blase wird mittig auf dem jeweiligen Schloss positioniert. Anschließend wird der Applikationsdruck aufgebracht. Den Vorgang einmal wiederholen. Also Druck ablassen und wieder aufbringen. Dann ist die erforderliche Kompression des EPDM-Dichtgummis erreicht. Mit der Kamera können Sie nun den richtigen Sitz kontrollieren. Dazu einfach die Ränder abschwenken. Die Manschette sollte jetzt kraftschlüssig an der Rohrwandung anliegen. Bei Versetzen und Lageveränderungen kann es vorkommen, dass sie auf einer Seite nochmal nachgespannt werden muss. In glasierten Steinzeugrohren zeichnet sich durch die Blendung der Kamerascheinwerfer eine Reflexion ab. Man könnte nun denken, dass die Manschette nicht richtig anliegt. Verändert man aber die Schwenkperspektive, verschwindet diese optische Täuschung. Ist das Schadensbild länger als der Abstand zwischen den Dichtnoppen einer Einzelmanschette, wird die Serienversetzung angewendet. Idealerweise arbeiten Sie dabei gegen die Fließrichtung. So stellt der entstehende kleine Versatz kein Abflusshindernis dar. Der Vorgang und die Druckwerte sind wie bei der Einzelversetzung. Die letzte Manschette der Serie ist ohne Aufbördelung, der Gummiüberstand wird also nicht abgeschnitten. Achten Sie bitte darauf, dass die erste Manschette mit einem Dichtnoppenpaar im intakten Rohrbereich liegt. Anschließend setzen Sie die zweite Manschette in die erste. Hier wieder ohne Aufbördelung, der Gummiüberstand bleibt also erneut dran. Achten Sie bitte beim Überstülpen darauf, dass der Abstand Dichtnoppe zum Manschettenrand gleich oder größer ist als der Abstand Sperrmechanismus zum Manschettenrand. Denn nur dann dichtet das Noppenpaar innerhalb des Gummiüberstandes ab. Durchfahren Sie nun den Gummiüberstand. Er wird von der neuen Manschette mitgenommen und nach innen umgeschlagen. Dazu fahren Sie einfach eine Manschettenlänge bis zum ersten Sperrmechanismus und anschließend wieder zurück. So wird der Gummiüberstand wieder nach außen gestülpt. Sollten Sie einmal zu weit gefahren sein, wiederholen Sie den Vorgang einfach. Die neue Manschette wird dann so platziert, dass der Rand ca. 0,5 bis 1,5 cm vor dem Sperrmechanismus der bereits gesetzten liegt. So dichten die Noppen auf dem Gummiüberstand der gesetzten Manschette ab. Auf keinen Fall jedoch darf die Manschette dabei auf dem Sperrmechanismus sitzen. Arbeiten Sie hier nach Möglichkeit mit dem Laser. Bei der letzten Manschette wird der Gummiüberstand dieses Mal dann abgeschnitten. Die erste Manschette gegen die Fließrichtung, also die zuletzt gesetzte, muss immer eine aufgebördelte Manschette sein. Beim Setzen wird wie bei der zweiten Manschette verfahren. Mit dieser Serienversetzung können auch längere Schadensbilder saniert werden. Wird bei der Platzierung der Manschetten auf die Schlossposition geachtet, spiegelt sich dies im sanierten Bild wieder. Die Schlösser sind alle auf derselben Position. Bitte verringern Sie bei extremen Scherbenbildungen oder Längsrissen den Applikationsdruck um ca. 0,5 bis 1,0 bar. Setzen Sie hier alle Manschetten zunächst nur mit vermindertem und erst dann, nacheinander, mit vollem Applikationsdruck auf. Dadurch vermeiden Sie das Lösen von Scherben oder gar einen Kanaleinsturz, vor allem bei einer gestörten Rohrbettung. Bei einer Längsrissinitiierung muss immer die gesamte Baulänge des Altrohrs saniert werden, da das Rissende, unabhängig von der Reparatur, mindestens bis zum Rohrende weiterlaufen wird. Eine Serienversetzung in der Nennweite DN150 ist übrigens nach heutigem Stand der Technik nicht möglich.